so diesmal so daily grand mäßig ein bisschen andere items so irgendwie nicht okay das einzige was sich groß geändert hat der prallt ab die biete die käme wahl schon alles mit den abprallt ist nicht verkehrt ist davon definitiv nicht unterschätzen ups das ist am thema nicht unterschätzen das kann man halt genauso kill ich glaube das hätten wir nicht wegschmeißen soll das war glaube ich gar nicht gut naja dann brennt es da unten halt ein bisschen so hier ist noch eine kiste die explodiert da ist noch eine kiste die explodiert so was haben wir denn hier noch der busch ist direkt hier mit runde da kam jetzt dann eh wieder kam das vieh soll da ist noch viel gut so so wo müssen wir denn jetzt ist die sackgasse wir erzeugen regen worten ok ich weiß nicht was ich habe überhaupt keine ahnung für was das gut sein soll ach wir haben kein wasser wir haben öl scheinbar und wir können wolken erzeugen dann sollte man einfach mal hier abhauen weil ansonsten wird das ist das bisher kium ich glaube das war nicht gut 86 prozent ein fluch das zerfällt ja regel das zerfällt ja regelrecht ups ähm komm regen 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 danke geht doch gold nehmen nämlich gerne na komm wie klein äh da oben zerfällt es schon aber da ist unser heildingsbums da na max lp erhöht sehr schön dafür haben wir jetzt aber ganz schön wasser hier aber hier ist ein zauberstopp das ist doch was schönes ähm und der kann unendlich das ist natürlich auch nicht schlecht alles was so ein bisschen unendlich kann ist eigentlich für mich sehr genehm dann nehmen wir den mal auf den zweiten slot so da ging das auch weg können wir ja mal weiter oben nochmal gucken eigentlich soll man wahrscheinlich runter und runter und runter aber was uns die tiefe gebracht hat haben wir ja beim letzten mal schon gesehen es war interessant aber wir sind sie gesehen kläglich gescheitert durch dass die gegend hier immer so reden generiert ist und alles ist halt doch interessant heiliger berg die können wir zauber kaufen und anderes zeug wir haben 80 teleport zauber funkenplatz brennende spur das war einmal die brennende spur teleport klingt ja nicht schlecht ach wir nehmen den hier und wir nehmen den hier wie aktivieren wir den oops oops oh oh warm attack ich weiß nicht ob das jetzt so gut war hat alles zerfallen kohlebergwerk das wahrscheinlich genau das war wieder sprengstoff ich war mir nur nicht sicher na komm oder ist das nichts ich weiß es nicht ich bin hier recht vorsichtig ich habe ich habe keine lust hier direkt wieder zu sterben das ist ein bisschen magien nutzer hier unten und zwar regenwolke aber das bringt uns eigentlich gar nicht wir haben irgendwelche anderen zauber halt nein ich will nicht eine klein geht auch genau braves monster komm ich hier hässliche fledermaus wir noch verunreinigt die schleimige stellung schützt dich vor feuer aber wir sind langsamer das ist es halt wir sind langsamer aber wir sind geschützt feuer oh gott also bewegt sich irgendwie was noch ein zauberstab ein zauberstab die man sogar hier ausrüsten können der erzeugt licht ein teleport zauberstab also also scheinbar ich weiß nicht ich weiß nicht ähm das ist eine Truhe oder so Mauerwerk nur wir bräuchten hier am besten ein paar Bomben würde ich mal sagen das Holz kann hier wegbrennen das stört mich nicht ein Haufen Kohle irgendwelches Viehzeug und dann mit dir und dann mit dir und dann mit dir na ich mag den jetzt schon nicht sie ist geschützt die sau jetzt ist doch unfair doch das lustig ist hört sogar im auto dass wir im wasser sind es ist sehr interessant man merkt so richtig das spiel ist überdacht aber wir sterben hier bestimmt oh gott oh gott oh gott oh gott es war nichts noch mal ein neues spiel wie dann der liran mit verschiedenen alten was haben wir diesmal wieder die das neues dann kommt ich genau das kriegen wir hier die gegenüber hinten auch den brenz natürlich wieder wie sollte es auch anders sein bei uns brennt es halt bei uns brennt die hütte hier ist party so ein bisschen wasser ich habe mir erst die wolke nicht wahrgenommen egal dadurch dass es hier hinten auch gebrannt hat ist es eigentlich zum positiven die frage ist halt wo sollen wir na komm schon sind gold das ist eine lampe die brauchen wir erstmal nicht jetzt noch so ein komischer typ der gibt uns auch wieder gold dieses berserk hier das ist das ding was hier so abgebrannt ist ja ab da kommen oh gott gott die brücke oben könnten eigentlich gern mal kaputt machen das problem ist wie es ist ja irgendwie nicht es sollten scheinbar hier weg das war doch nicht so gesund da unten ja 84 meter ist halt auch nicht die welt machen wir einfach mal ein normales neues game mal schauen wie weit wir kommen so weg mit dem kahn weg damit gott hier ist wieder die so nein nicht brennen nicht brennen die komische suppe man ich will doch nicht direkt schon wieder sterben wegen sowas das sieht nicht besonders gut aus ähm ich weiß nicht ob die gut oder nicht gut waren aber ich mag sowas nicht heiliger berg eingetreten sehr schön wir haben eigentlich gar nichts ernsthaft nichts das können wir uns überhaupt nicht leisten nehmen wir den hier achso inventar gleich ist hier alles kaputt na komm oh gott natürlich brennt da erstmal alles eine nette leckere suppe von leckere gute und das da oben ähm ich will doch nicht direkt schon wieder eigentlich müssen wir ja nach unten aber der nach unten weg ist gerade so ein bisschen blockiert weil es da brennt und so das sieht auch nicht sehr gesund aus darunter zu gehen das ist halt mein problem gerade hier kann man immer hier lang das geld wie ja was sehr sinnvoll da lang zu gehen so gar nicht mehr so schlecht ich habe jetzt nicht erwartet dass man direkt das nächste ding finden gold haben wir halt immer noch nicht lieben levitation trail glaskanone die mit levitation richtig für was das gut ist oh gott die verschneiden tiefen auch noch aber das leben 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 doch nur mein leben thank you lasst mich doch leben ich lasse euch auch am leben da ist was ups das war ein rennenfall aber 400 meter haben wir geschafft und vier orte dafür ist das gar nicht mal schlecht noch eine runde hier jetzt geht es aber wir sind jedoch eben profis wir schaffen hier noch ein paar orte hier geht es runter also direkt immer runter 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 das sind thema da runter hier geht es auch wieder hier ist irgendwie eine brühe wo wir nicht rein sollten so und weiter runter einfach ohne rückzug auf verluste gehen wir hier weiter geht doch geht doch wir wollen schon sagen wir sind zu fett besser gesagt zu groß dafür das hat doch alles geklappt jetzt wäre es gewollt gewesen jetzt wäre es gewollt gewesen was es natürlich ist ähm nicht gut sehr schön der heilige berg gold haben wir auch ein bisschen die zauber angeht ich habe keine ahnung was hier was sinnvoll ist die schwimmen ist immer gut wenn wird naja kommt einfach runter und ich nehme ihn Oh Gott Ehm Das ist nicht so gut gewesen. Aber ich dachte, wir haben... Ach, wir haben also doch noch. Die Frage ist halt, wir müssen hier doch irgendwo lang. Ups. Ich habe keine Ahnung. Manchmal hat die Wache funktioniert. Mit den komischen Schleimkügel schon manchmal nicht. Naja, 200 Meter haben wir geschafft. 42,6 Meter. Okay. Na dann. Bis 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 dann.